Liebe Niederdorffelderinnen, liebe Niederdorffelder, es ist wieder so weit. Die diesjährige Bürgerversammlung steht am 23. November und 20 Uhr an. Wir freuen uns, wenn möglichst viele von Ihnen teilnehmen, Ihre Fragen stellen, Ihre Anregungen einbringen oder auch einfach die Informationen abholen, die der gemeine Vorstand Ihnen geben kann. Liebe Niederdorffelderinnen, liebe Niederdorffelder, kommen Sie zu unserer Bürgerversammlung. Wir werden die Gelegenheit nutzen, einen Rückblick auf das zu geben, was wir im Jahr 2023 gemacht haben und würden auch gern einen Ausblick auf das Jahr 2024 geben. Kommen Sie ins Bürgerhaus oder schauen sich das Ganze an den Stream an. Demokratie lebt vom Dialog, deshalb freuen wir uns auf Sie, auf Ihre Anregungen, auf Eure Ideen. Kommt vorbei online und natürlich auch, worüber wir uns ganz besonders freuen, wieder in echt hier im Saal am 23.11. um 20 Uhr. Wir freuen uns auf Sie, dann bis zum 23.11. Tschüss. Tschüss, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017